Marco Rose war am Dienstagabend bei Brinkhofs Ballgeflüster im Dortmunder Westfalenpark zu Gast. Dort erklärte der BVB-Coach, dass er weiterhin im regelmäßigen Austausch mit seinem Kumpel und Vorgänger Jürgen Klopp ist. Nach dem 5-2-2-Sieg gegen Frankfurt vor 25.000 Fans schrieb Klopp seinem Nachfolger eine SMS. Kloppo hat mir nach dem Spiel geschrieben, stell dir vor, das Ding ist rappelvoll. Rose richtete anschließend einen Wunsch an die BVB-Anhänger. Ich hoffe, dass wir hier bald was gemeinsam zu feiern haben. Die Generalstaatsanwaltschaft der USA hat dem Fußball-Weltverband, FIFA und anderen Parteien eine riesige Schadensersatzsumme in Höhe von 171 Millionen Euro zugesprochen. Dies teilte die FIFA mit. Das Geld, das in die FIFA-Stiftung fließt, soll demnach die Vernuste kompensieren, welche der Weltverband aufgrund von Straftaten zu dessen Nachteil erlitten hatte. Das Geld wurde laut FIFA von Bankkonten ehemaliger Funktionäre beschlagnahmt, die an langjährigen Bestechungsmodellen im Fußball beteiligt waren und dafür belangt wurden. Die Mittel kommen dem neuen Weltfußball-Wiedergutmachungsfonds zugute, aus dem fußballbezogene Projekte zugunsten weltweiter Gemeinden finanziert werden. Die UEFA zeichnet das medizinische Team, das dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen nach seinem Herzstillstand bei der EM das Leben gerettet hatte, sowie dessen Mannschaftskollegen Simon Kehr mit dem Presidents Award aus. UEFA-Boss Alexander Seferin würdigte die Preisträger als die wahren Helden der Euro 2020. Eriksen war im ersten dänischen EM-Spiel gegen Finnland auf dem Platz zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Sie haben einen fantastischen Job gemacht und mir das Leben gerettet, dank der Eriksen den Ärzten in der UEFA-Mitteilung vom Dienstag. Eriksen ist mittlerweile ein Defibrillator eingesetzt worden. Ob er seine Karriere bei Inter Mailand fortsetzen kann, ist allerdings noch offen. Die Klubs der englischen Premier League weigern sich aufgrund der Corona-Pandemie, ihre Spieler für anstehende Fußball-Länderspiele abzustellen. Die Entscheidung betrifft laut Statement fast 60 Spieler von 19 Premier League-Klubs, die in 26 Länder der roten Liste gereist wären. Die Spieler müssten nach ihrer Rückkehr zehn Tage in Quarantäne. Somit würden sie auch zwei Ligaspiele, die dritte Runde des EFL-Cups sowie für einen Spieltag eines UEFA-Wettbewerbs nicht zur Verfügung stehen.